Herzlich Willkommen beim Krasso Büro zum bärtigen Mönch, ich bin der mit dem L und ich möchte euch nur kurz darüber informieren, dass ich es diese Woche zeitlich überhaupt nicht geschafft habe, das Video für Samstag fertig zu stellen, muss es leider auf darauf folgenden Samstag verschieben. Des Weiteren werden demnächst zwischendurch bzw. auch an den Samstagen auch mal andere Videos kommen als die, die sich mit dem Thema Gold beschäftigen, da mir ehrlich gesagt so langsam auch die Guides zum Überprüfen ausgehen. Denn mal ehrlich, manche von denen, die unter meinen Videos grundsätzlich kommentieren, dass sie mit Sturmschoppenfarmen oder Sternenlichtrosenfarmen so und so viel Gold viel mehr in der Stunde machen als das, was ich da gerade in dem Video getan habe, mag zwar sein, erfüllt aber nicht im Prinzip den Sinn des Kanals. Aber warum sollte ich jetzt noch einen Goldguide überprüfen, der euch, wie gesagt, nach Tiefenheim schickt, mit dem Trank des Schätzefindens irgendwelche Trocks töten, um 5000 Gold in der Stunde zu bekommen? Seid mir nicht sauer, aber da kriegt ihr mit Weltquests fast mehr hin. Von daher, um diese Themen aufzugreifen, muss ich mal schauen, vielleicht eventuell in so einer eigenen kleinen Serie, nostalgische Goldguides, die keiner mehr macht, zum Beispiel. Des Weiteren werden demnächst aber noch neuere Videos kommen, zum Beispiel möchte ich ganz gerne anfangen, meine Mythisch Plus Runs mit aufzunehmen, aus einer Braumeister Point of View quasi. Und ich möchte mich ganz gerne an so Explore-Videos herantrauen, also Videos, die quasi, dass ihr in Gebiete kommt, in die ihr normalerweise nicht kommt, mittels Glitchen und was weiß ich nicht alles. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr sowas ganz gerne sehen wolltet. Oder generell, was ihr ganz gerne auf diesem Kanal gerne mal sehen möchtet. Schreibt es mir mal in die Kommentare, dafür sind die da. Und wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich es diese Woche nicht geschafft habe. Tut mir leid, aber wir sehen uns dann nächste Woche. Ich melde mich dann, wenn ich wieder etwas Neues für euch habe. Ja, bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020